Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Part-Specialist. Heute geht es um das Thema Riemtrieb. Ja, hier haben wir den Riemtrieb, wird durch die Kurbelwelle angetrieben. Dieser LKW hat zwei Riemen, es wären beispielsweise der Klimakompressor, der Generator, die Wasserpumpe, hier sind sonst der Lüfter vor, dadurch angetrieben. Hier haben wir nochmal die Spannrolle. Ein Riemen ist noch vorhanden und der andere Riemen fehlt. Das hat folgenden Grund, der Riemen ist gerissen. Wir mussten das ganze Kühlerpaket mit auseinander bauen, weil er einen Schaden am Wasserkühler angerichtet hat. Und er dadurch Wasser verliert. Ja, in solchen Fällen ist es ganz wichtig, dass ihr hier auch den Biskolüfter mit kontrolliert, weil oftmals ist es der Fall, dass der Riemen hier einmal durchs Kabel geschlagen ist. Das sieht hier gut aus. Oder, dass er hier die Flügel bestätigt hat. Hier ist schon Materialabtrieb vom Riemen zu erkennen, aber die Flügel sehen in Ordnung aus. Weil wenn die Flügel kaputt sind, entsteht Unwucht und dadurch Funktionsstörung. Der eine Riemen ist ja von selbst schon abgesprungen. Da müssen wir gleich mal gucken, woran es liegt. Ich würde jetzt erstmal den zweiten Riemen auch abnehmen und anschließend kontrollieren wir dann die Komponenten im Riementrieb. Hierzu muss man einfach den Riemenspanner entspannen. Aber, eins vorweg, bitte markiert euch den Riemen vorher einmal. Wie hat er gesessen? Wie ist er verlaufen? So könnt ihr ausschließen, dass ihr danach den Riemen falsch drauflegt. Gerade wenn der Kühler davor ist, ist es sehr schwer, den manchmal richtig wieder raufzukriegen. So, den Riemen mache ich hier mal weg. Manchmal ist es nicht so einfach, den an den Komponenten vorbeizubekommen. Wie ihr seht, habe ich das Problem, dass ich den Riemen jetzt nicht direkt runterkriege. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr den sowieso neu macht, dass ihr den einmal durchschneidet. Aber, wenn ihr den neuen drauflegt, müsst ihr ja sowieso dran vorbei an den Komponenten. Ja, hier seht ihr auch, ich komme da nicht dran vorbei. Den schrauben wir gleich sowieso noch los. Von daher würde ich dann... Ah, hier sieht man auch schon, dass die Spannung von dem Riemen nicht mehr in Ordnung ist. Der geht viel zu langsam wieder zurück. Dadurch hat der Riemen nicht die richtige Spannung und das kann auch zum Riss geführt haben. Natürlich kann er auch von Komponenten zum Riss geführt haben. Das heißt, wenn von unten irgendwas in den Riementrieb hinein gelangt. Aber auch sowas kann dazu führen. Hier ist die Umlenkrolle. Hier hört man auch schon. Die wird auch schon Geräusche gemacht haben. Die machen wir auch mit neu. Die Lichtmaschine ist auch in Ordnung. Hier unten dreht sich auch. Super. So, jetzt gucken wir uns den nochmal an. Ja, der ist besser. Ja, hier sieht man, der geht richtig schön wieder zurück. Wenn wir das nochmal im Vergleich sehen zum anderen Riemen-Spanner. Da sieht man ganz klar, dass die Spannung von dem Riemen-Spanner nicht mehr ausreicht. Da haben wir es auf jeden Fall neu. Die machen wir neu. Die werden wir auch mit neu machen, wenn wir das jetzt schon mal alles auseinander haben. Den Riemen gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Und dann würde ich die Komponenten mal eben ausbauen. Hier haben wir euch nochmal ein paar Sachen aufgebaut. Riemen-Spanner, Umlenkrollen, Riemen. Und zeigen wir euch jetzt mal, was da so kaputt gehen kann. Dann fangen wir mal mit dem an. Hier ist es so, dass die Aufnahme hier nicht mehr parallel oder die Riemen-Scheibe nicht mehr parallel zur Aufnahme sitzt. Das sieht man daran, dass der Spalt hier wesentlich geringer ist als der Spalt hier. Die Ursache kann halt sein, dass hier irgendwie Schmutz reingekommen ist oder dass der Schwingungsdämpfer von der Kurbelwelle kaputt ist. Oder auch so Mutterschwingungen entstehen. Dadurch arbeitet der halt so viel und geht halt kaputt. Als nächstes haben wir hier nochmal einen Riemen-Spanner, wo man hier sehen kann, dass der Riemen nicht komplett oder nicht gut auf der Riemen-Scheibe gesessen hat. Das heißt, hier ist noch kein Materialabrieb, ist noch lackiert und hier ist schon überall blank. Das heißt, der Riemen hat zu weit nach außen gesessen und dadurch nicht mehr mittig auf der Rolle gelaufen. Dadurch entsteht zum Beispiel sowas, dass hier der Riemen teilweise Rillen abgetragen sind und dadurch auch vielleicht der Riemen mal abspringt oder reißt, weil das Material nicht mehr komplett vorhanden ist. Ja, und als nächstes haben wir hier auch noch einen Artikel, aber da muss ich mal eben was holen. Ja. Mach du mal eben erstmal weiter. Wir haben hier die ausgebaute Umringrolle vom Fahrzeug. Das heißt, man hört, die schleift. Das heißt, hier ist Dreck reingekommen ins Lager, aber weil der Riemen natürlich auch gerissen ist, hat er noch einen Schaden verursacht. Das heißt, hier die Riemscheibe hätten wir sowieso erneuern müssen, weil sonst würde das Problem sein, dass Lars schon mal erklärt hat, dass der Riemen eventuell irgendwann runterrutschen kann oder eine Rille verliert. Hier haben wir dann nochmal einen Riemen, der Öl verschmiert ist. Daher müsst ihr darauf achten beim Riemen, wenn ihr bei Durchsicht, Wartung oder sowas, dass sie wirklich sauber sind, weil sonst würden sie durchrutschen und dann habt ihr Fehlfunktionen im Motor oder Generatoren, die nicht richtig die Batterie laden und sonstiges. Daher bitte darauf achten, dass sie sauber arbeitet und dass da kein Öl drin ist. Ich habe auch schon mal den anderen Artikel hergeholt. Hier sehen wir mal den Artikel, den wir gleich verbauen werden. Hier ist eine Dichtung vorhanden in dem Bereich, dass hier kein Schmutz in die Lagerung reinkommen kann. Die ist hier nicht mehr vorhanden. Ich weiß nicht, ob die irgendwie vielleicht weggefallen oder von Anfang an nicht da gewesen. Da ist es wichtig, dass sie da ist, weil sonst kann hier Schmutz rein. Der arbeitet halt durch den Artikel und dadurch gehen die Komponenten kaputt. Hier ist es zum Beispiel auch so bei unserem, dass hier vorne komplett alles abgedichtet ist. Das heißt, hier ist noch eine Blechkappe vor, dass da kein Dreck reinkommen kann und hier ist diese Blechkappe beispielsweise nicht. Dadurch kann Dreck rein und Geräusche oder Fehlfunktionen entstehen. Und auch wichtig ist, dass sie die anderen Komponenten, wie eben schon angesprochen, den Schwingungsdämpfer, den Freilauf von der Lichtmaschine, alles kontrolliert, um dann halt auch zukünftig Fehlfunktionen zu vermeiden. Wir haben vorne am Motor alles auseinandergebaut. Diese Teile bekommt ihr auch einzeln, aber wir verbauen den kompletten Satz. So, jetzt ziehen wir die mit Drehmoment an. Das ist ganz wichtig bei diesen Riemenspannern, dass ihr die mit Drehmoment anzieht, weil ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn man diese Lagerung hier zu doll anzieht, dann ist es so, dass die Spannkraft des Riemenspanners sich auch ändert und dadurch Funktionsstörungen entstehen. Also ganz wichtig nach Herstellervorgaben, die Drehmomente raussuchen. So, nimm mal. Dann baue ich das schon mal um, dass wir gleich spannen können. Wie passt denn der hier rauf? Denkst du, ich habe das nicht markiert? Nee, irgendwie ist ja auch nichts drauf. Ja, hier. Vorhin habe ich ja schon mal gesagt, ganz wichtig markieren. Und hier kann man halt sehen, wie der gesessen hat. Für den anderen Riemen müssen wir uns nachher raussuchen, weil der war ja abgerissen. Aber hier ist es so. Vorsicht mit dem Finger. Ja, wichtig bei diesen Sachen, wenn ihr zu zweit arbeitet oder auch alleine, achtet darauf, dass ihr wirklich zwischen Riemen und Riemscheibe nicht eure Finger habt. Weil der Riemen gibt nicht nach, sondern eher euer Finger. Und daher müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich vorsichtig arbeitet. Wollen wir das vielleicht auf die Riemensteibe rauflegen? Ja, genau. Auf die Spannrolle. Ja. Weil hier, es ist immer besser, die auf die glatten Rollen raufzulegen, weil ihr hier immer diese Kante habt. Das ist immer ein bisschen blöd. Dann lass uns die doch da rauflegen. Ja. Kriegst du die? Ich würde sie mal eben spannen. Guck mal, hier ist zum Beispiel jetzt, hier sitzt er noch nicht perfekt. Unten sitzt er glaube ich auch noch nicht. So. Ja, so. Oh, jetzt, guck mal. So sitzt er doch. Wir haben jetzt noch oben das Lüfterlager neu gemacht. Aus dem Grund, weil Fettaustritt da war, Spiel war etwas da am Lager. Ich glaube, Geräusch hat es ja auch ein bisschen gemacht, wurde gesagt. Genau, richtig. Sonst haben wir die beiden Riemen aufgelegt. Und hier können wir jetzt einmal die Spannung am Riemen prüfen. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, einmal Herstellervorgaben kontrollieren und mit Spezialwerkzeug einmal, die Riemen-Spannung prüfen. Es kann immer sein, dass irgendwo was zwischen liegt oder was zwischensitzt, was die Riemen-Spannung ein bisschen blockiert, etc. Ja. Ja, ich würde sagen, wir bauen den Lüfter noch eben an. Und in der Zeit zeigen wir euch, wie wir im Rahmen des DTQS solche Artikel prüfen. Ja. Jetzt zeigen wir euch noch verschiedenste Anbaukomponenten und Ersatzteile. Hier haben wir einen einfachen Wellenlichtring, der die Kurbelwelle abdichtet. Hier haben wir eine Wasserpumpe für neuere Fahrzeuge, die elektrisch angesteuert ist. Wir haben diverse Riemen in verschiedensten Längen und Ausführungen, sowie auch diverse Klimakompressoren. Zudem haben wir hier noch einen Viskoselüfter, elektrisch angesteuert. Den gibt es auch einmal temperaturgesteuert. Dann haben wir hier, haben wir vorhin auch schon darüber gesprochen, den Schwingungsdämpfer. Der ist vorne auf der Kurbelwelle drauf und nimmt halt die Schwingung aus dem Kurbeltrieb auf. Hier haben wir nochmal den Freilauf für die Lichtmaschine, den wir auch einzeln im Programm haben. Und hier haben wir nochmal für ältere Fahrzeuge, das sind so Einzelrillenriemen, die werden größtenteils manuell gespannt. Da bitte unbedingt auf die Riemenspannung achten, dass nicht die Riemenspannung zu hoch ist, weil dadurch können, wenn zum Beispiel Kompressoren wurden damals öfter über den Riementrieb angesteuert, die können dadurch kaputt gehen. Auch im Sortiment haben wir verschiedenste Lüfterhauben, sowie Wasser- und Ladeluftkühler. Das Lüfterrad haben wir eben schon montiert. Jetzt kommt gleich noch das Kühlerpaket rein. Darauf bitte bitte darauf achten, dass alle Schläuche richtig angeschlossen sind. Dann darauf achten, dass keine Flüssigkeit dort ausläuft. Zum Thema Riementrieb darauf achten, wenn der Motor das erste Mal wieder anschaltet, ob der wirklich richtig läuft, überall auf den Umlenkrollen und Spannrollen richtig drauf sitzt. Genauso wie den Generator überprüfen, ob er auch die Batterien lädt, sowie der Klimakompressor, ob der auch funktioniert. Habe ich da irgendwas vergessen? Ja, die Wartungsintervalle kann man bei einigen Fahrzeugen noch zurücksetzen. Da einmal darauf achten, gerade wenn ihr Kühlmittel erneuert habt oder wenn ihr den Riementrieb dokumentieren könnt. Dann haben wir hier noch ein kleines Benefit für euch. Wir haben hier einmal die Montagedaten, einmal die Austauschdaten. Da bitte an die Fahrzeughersteller Vorgaben halten. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr euch gerne an unseren Helpdesk wenden. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.